hallo willkommen bei meinem neuen blog bei diesem blog machen wir ein neues blog bei diesem blog machen wir neues blog ok und ja ich wollte euch ein bisschen mitnehmen wieder wir sind wieder mit jason am schnack wollen was geht ich weiß was heißt nein ok und ja wir sehen uns dann gleich wenn action action passiert die gar ohne bart sehe ich so scheiße aus mit bart besser ja ich rassier mich nie wieder wieder kanalberg kann er ja kanalberg die wenig grad und ja hier seht ihr den ganzen nürnberg ok nicht den ganzen nürnberg aber die hälfte nürnberg so leute ich nehme euch mit wir gehen jetzt zu meinen alten schulgebäude mit jason leute er postet glaube ich heute erst mal auch ein youtube kanal wie ich habe das jetzt im zweiten video aufgenommen ja im ersten noch aber ja ihr könnt den auch abchecken ich verlinke ihn dann unter meinem video und wir gehen dann ist meine alten schulgebäude ich noch mal mit wir waren dort schon mal ich nehme euch aber trotzdem noch mal mit check auf jeden fall bis zum ende ab schon bis zum ende und wir sehen uns dann gleich bei dem schulgebäude ja leute wir sind immer noch unterwegs mit jason und ja wir sind immer noch unterwegs und wir sehen uns dann gleich so leute wir sind jetzt in schule angekommen mit jason und ja und ja wir sehen uns dann gleich so leute wir sind jetzt in schule angekommen mit jason und und wir chillen hier ein bisschen hören musik und ja ich filme es bisschen so die schule und ja ich habe euch bei den anderen video schon mal gezeigt könnt ihr abchecken und ja wir chillen ein bisschen hier dann gehen wir ein bisschen rumlaufen glaube ich und danach gehen wir nach hause ich nehme euch alle mit was spaß spaß kannst reden reden der musik aufmachen spaß und ja so leute jetzt gehen wir langsam nach hause also wir gehen ja zurück machen mit dieser person schon wieder jedes mal wenn wir ein video drauf ja jedes mal willst du drauf spaß ganz gerne drauf ihr könnt bei denen abchecken ich werde verlinken alles in der beschreibung und ja wir sehen uns dann bei einem neuen blog sag ich mal oder das video ist noch nicht bis zu ende kommt noch was ich habe da hinten nicht mal ein video gemacht ich schicke dir mein video dann kannst du einfach rein schneiden und ja ich nehme euch noch ein bisschen mit wir gehen jetzt u-bahn glaube ich ja wir gehen u-bahn und nach hause dann ich nehme euch dann mit wir sehen uns dann gleich bei u-bahn so leute wir gehen jetzt netto der ist wieder da bist immer da ja wir sind ja jetzt in netto nochmal gegangen uli hier sind kalt getränke ja tschüss so was willst du mit winch jetzt trinke ich folgen geht es ja gut geht es ja gut mulamilch ist der anboden ja doch nein das ist was anderes Joghurt ist das ja sorry Mordel echt echt welche Geschmack wie diese Banane halt hast du Bananen oder warte ein bisschen Milch ey guck wir sind Milch beide haben Banane gekauft also wir ja und ja ja so leute abonniert gerne meinen Kanal für mehr Videos und liked das Video schaut bis zum Ende kauf ich dir an da kann ich noch was oder ja hier kostet Dienst ja billiger ja dann kauft doch hier oder oder ich hol mir Milch ja glaube ich weil die haben eh nicht das Geschmack was ich will Wassermaulone haben die bei dir ja Pitch so hier Fleisch 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 willst du holen? nein geh mal weg halt mal die Fräderin wo befinden wir uns gerade? netto ey da gibt es äh 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 hier haben wir dann Cola Cola Bier viel besser viel besser wieso kostet netto eigentlich so günstig? was ist das? willst du Hanf kaufen? was ist das? ja oder? sag mal spinnst du? ja wo wir sind in Werdegen landet irrenhaus oder was? ja das ist ja wieder so hallo 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 was willst du kaufen? was willst du kaufen? Rundbärchen sag mal in meinen Videos werden keine Schimpfhörter dabei sein haben wir nach oben ja sag es auch Musikbox Nüsse Terlik 10 Euro Pflanzen pflanzen so Leute wir haben uns jetzt die Milchers gegönnt der hat auch gekocht wie oft hab ich das gesagt? egal so Leute Lambo steht drauf so Leute wir gehen jetzt U-Bahn wir gehen dann Ruppenbach und danach gehen wir nach Hause ich nehme euch ein bisschen noch mit und danach sage ich schon tschüss ja ich dann auch also wir fahren noch den U-Bahn kurz und dann gehe ich auch heim und er auch jetzt weil er muss nach Hause links nach Hause ja auch aber Leute morgen kommt vielleicht noch ein neues Blog ein neues Blog ein neues Blog ein neuer Blog ein neuer Blog oder ein neuer Blog sorry du Model ja Audis 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 Leute wir sind grad Heuermater ja du hast U-Bahn jetzt U-Bahn 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 kommt ja 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 jetzt sieht man ein bisschen geiler saubig Digga der U-Bahn hat zu wenig Design die könnten ein bisschen schlimmer machen die U-Bahns ich hab ja das so heu mal die U-Bahn so leute U-Bahn kommt Nein, mach dir jetzt nicht eins ab. 9-Euro-Ticket. Hier, da gibt es diese 9-Euro-Ticket. So Leute, wir sind jetzt U-Bahn. Auf der Seite kommt Flughafen U-Bahn. Wir werden alle abchecken und Spaß. Der U-Bahn ist jetzt da. Und der U-Bahn ist da. Und der U-Bahn ist jetzt so. Und der Tier, Fahrteste bitte alle aussteigen. Und steigen Sie sich. Rückenbach, Rückenbach, angekommen gleich. Was steht noch? Fahrgäste, bitte alle aussteigen. So Leute, wir sind jetzt Rückenbach angekommen.